Ihre künstlerischen Vorbilder waren, oder sind vielleicht noch immer, das würde mich interessieren, Louis de Funé, Klaus Kinski, Andy Kaufmann und Leo Bassi. Ja, liebe ich bis heute. Die Filme von Louis de Funé finde ich bis heute beeindruckend. Dieser cholerische Mann, der durchdreht, habe ich mir mal angeguckt. Ich wusste ja nicht, dass das ein Lehrberuf ist, dass man das irgendwann hauptberuflich machen kann. Und jedenfalls dachte ich, das will ich auch machen. Ich will in so einen Film, in eine Firma gehen und alle zusammen scheißen. Das fand ich toll. Aber andere Leute haben die darüber lachen, weil sonst wird der fies. Der hat mich geprägt, das fand ich bis heute. Verstehe ich. Und Klaus Kinski? Klaus Kinski war so das Pendant in eine andere Richtung, diese Durchdrehen. Die sind auf der Bühne, komplett austicken, Publikum beschimpfen, Schläge androhen und so. Also ist für mich ein Gesamtkunstwerk. Das ist auch so, dass er natürlich damit auch gespielt hat. Man fragt sich ja immer irgendwie, hat er das jetzt durchgezogen? Ich habe gehört, von Brigitte Grothum hat das mal erzählt, dass die Drehschluss hatten für der Hexer damals. Und dann sind die alle da am Drehort in so einem Fünf-Sterne-Hotel, wo die alle gewohnt haben. Und draußen am Eingang war Presse, die hat Kinski gefragt, wohnen Sie auch hier? Und er sagte, nein, ich wohne im Wald. Einsam und verlassen, um mich auf meine Rolle vorzubereiten. Da war der Journalist weg und dann ist er auch in seine Fünf-Sterne-Suite gegangen und hat schlafen gelegt. Also das war, ich glaube, das war längst nicht alle so krass. Bei Edgar Bullis mochte ich bei ihm immer den Blick, wenn er das erste war. Ja, wo man beim Blick schon immer wusste, der ist der Mörder. Also bei Kinski hätte man sich jetzt nicht denken können, ja, das ist jetzt der Sparkassenangestellte von der Ecke. Der war einfach immer der Mörder. Und Andy Kaufmann? Andy Kaufmann wegen der Anarchie einfach. Also sich einfach mal ganz feist vor tausend Leuten hinstellen und zu sagen, ich lese jetzt die Bibel vor. Und dann so mitzubekommen, wie nach vier Stunden die Stimmung kippt, weil er das halt wirklich gelesen hat. Bis der Saal leer war, hat er aus der Bibel gelesen und da dachte ich, Respekt, fand ich gutes Unterfangen. Und Leo Bassi? Leo Bassi war ich mal sehr glücklich, habe ich selber mal getroffen. Ich war damals, als ich noch, war die erste Sendung, die ich mit Otto Kuhne zusammen hatte, Kuhne-Krömer-Show. Da war er auch als Gast und da haben wir den in Spanien, haben wir den getroffen. Und ich war bei dem im Programm mal drin gewesen und wusste nicht, wer er ist. Ich hörte nur, er ist ein Clown. Und dann dachte ich schon, na Gott, so hier mit Pappnase und rote Nase. Und dann war ich, das war so ein Saal, da passten vielleicht, da waren 150 Leute drin, das Ding war bumm voll. Und dann griff er sich einen Benzinkanister und sagte, ich werde jetzt das Benzin auf Sie in der ersten Reihe kippen und werde Sie anzünden, weil dann bin ich morgen schön in der Presse und dann ist alles schön ausverkauft. Und dann nahm er einen Benzinkanister, kippte ein bisschen was auf den Tisch, zündete das an, ging in die erste Reihe und goss Flüssigkeiten über den Gast. Mit einem Trickkanister, klar, aber du saßt im Publikum und hattest Angst um dein Leben. Ich war in der letzten Reihe, saß ganz hinten, da war noch ein Kollege, mein Lieblingskollege von früher, Bodo Wartke, kennt ihr vielleicht. Der war auch in dem Programm mit drin und Leo Bassi ging durch die Reihen und sagte zu Bodo Wartke, hast du Bock mitzumachen? Und dann sagte Bodo, ja klar, gerne. Und er sagte, er hat ja so einen Teller, er hat gesagt, ich werde Sie jetzt hypnotisieren. Er hat so einen Teller gehabt, da ist Rasierschaum drauf und ich zähle ihn irgendwann bis drei und wenn Sie drei hören, hauen sich das Ding voll in die Fresse. Und dann dachte ich, Bodo Wartke, ich habe eine Woche vorher bin ich mit dem noch aufgetreten und wusste, natürlich kann er nicht zaubern. Und er sagte irgendwann drei und er haute sich das Ding voll in die Fresse rein und wir saßen alle so da und dachten, ey, wenn der jetzt sagt, hier muss einer sterben, dann wird doch einer sterben.